Ich werde das Hameihemd anlegen. Die Frage ist noch gut, können Tiere lächeln? Bei einem Hund heisst es hecheln, nicht automatisch lächeln. Tiere können auf unterschiedliche Art und Weise Freude und Zufriedenheit oder Wohlbehagen ausdrücken. Also die Ausdrucksform ist nicht gleich wie beim Menschen. Jetzt kann ich das Denk hier wieder nicht mehr anziehen. Irgendwie verrenkt.